Schönen guten Morgen, hier ist die 19 Welle Morning Show. Ich bin Jan Philipp, wen hab ich denn dran? Moin Jan Philipp, hier ist Tätje. Moin, na, wie kann ich dir helfen? Mein Schwiegermäude liegt im Krankenhaus und ich kann der Frau so gehen, ich will mir mein Lied für ihr wünschen. Na, ich erfüll dir auf jeden Fall jeden Wunsch, weil ich möchte natürlich auch, dass es deiner Schwiegermutter besser geht. Das freut mich. Okay, mit welchem Wunsch kann ich dir helfen? So seid Wesen, so kannt blieben von ich und ich. Ja, okay, was ist noch so die Alternative? Vielleicht mein Herzschleitgauer Astin von Alina? Uh, das ist aber harter Tobak auf jeden Fall. Ja, pff, dann vielleicht von Udo Lindenberg. Komm mit, was dat wat? Auch gut, auch gut, oder? Was hier gerade noch gleich läuft, ist Mark Forster mit Bist du okay. Würde ja auch passen. Ja, okay, der ist auch in Ordnung. Ich wünsche euch noch einen guten Tag und bedanke mich. Tschüss. Oh, Mann. Der kennt mich schwiegen mehr oder nein? All right. Ah. Ja.